Ja, grüßt euch, Burm. Ein weiterer Buckdackel erhebt sich. Heute geht es nämlich um eine sehr geile Geschichte eines meiner Zuschauers. Und der hat hier wirklich, ja, diverse Erlebnisse gehabt. Da war er, wie er schreibt, noch nicht bereit, auf meinem Sexistencamp drüber zu sprechen. Aber jetzt da hat er hier eben erzählt und damit würde ich gleich mal sagen, kommen rein, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Prozess ist, sowas dann auch hier für euch darzulegen. Wo er nämlich schreibt, moin Klaus, ich habe mal einen Moment Zeit und fang an meine letzte Geschichte, die mich dann letztendlich in die Arme der Frauenhasser getrieben hat, schriftlich zu verarbeiten. Das ist ja auch immer ein gutes Tool, was euch da helfen kann, Sachen aufzuschreiben, vor allem handschriftlich noch besser, um da auch den Prozess besser zu begleiten. Denn aufgeschriebenes ist eben, wie es so schön heißt, eine kristallisierte Gedanke oder die Mehrzahl davon. Im Camp war ich noch nicht bereit, meine Geschichte zu teilen, aus Scham oder aus mangelndem Abstand. Das kann natürlich beides sein, aber das ist ja das Gute und sehr, sehr Sinnvolle. Diese Scham löst sich ja auf, wenn man langsam eben sich vertrauensvollen, patriarchalen, starken Männern öffnet, die das dann auch nachvollziehen können und dementsprechend damit auch umgehen. Und das darf ja auch manchmal langsam passieren. Vor allem, wenn da bestimmte Themen auch passiert sind, ist es wie eine Colaflasche, die man ganz viel geschüttelt hat. Da muss man auch ganz langsam erstmal aufmachen, dass der Blubberspaß nicht explodiert. Und das ist natürlich auch hier, um die Sachen besser zu verarbeiten. Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Ganz wichtig. Jedenfalls kann ich jetzt selbst drüber lachen und denke, meine Geschichte kann einen Mehrwert bieten. Und das ist ja dann, wenn dieser Prozess eben verarbeitet und durchlebt dann auch wurde. Ich denke nicht, dass du dich speziell daran erinnerst, was mich zu deinem Content und dann zum Camp gebracht hat. Daher führe ich es nochmal kurz aus. Die Beziehung zu den Damen in meinem Leben sind stets im gleichen Schema auseinandergegangen. Und beim letzten Dilemma konnte ich endlich den Entschluss treffen, den Fehler bei mir zu suchen. Und das ist ja oftmals auch, wie man das ratet, es ist ja nicht zwangsläufig ein Fehler, weil da ja so viele Prozesse daraus resultieren können, dass das ja dann dieser Aspekt so stark zu deiner persönlichen Entwicklung, so stark zu deiner Kraftentwicklung beigetragen haben, dass wenn das eben nicht da gewesen wäre, du ja immer noch ein Soja-Nascher oder ein Tofu-Torben wärst. Und ich dachte tatsächlich, dass mein Verhalten und mein Mindset zu 100% korrekt werden. Das ist ja auch so ein Ding, weil das ja nie reflektiert wird. Immer so, wie man aufwächst, das, was man sieht, das wird als normal erachtet. Und das ist ja dann auch das, wenn es um Männlichkeit geht oder um halt Buckdackel-Verhalten. Dieses Co-Abhängige, ja, ich mache die heilige goldene Vagene glücklich und dann wird das Leben toll. Ich bin der Älteste von vier Geschwistern. Mein Bruder ist eineinhalb Jahre jünger und meine Schwester vier und acht Jahre jünger. So hatte ich schon früh die Funktion des Versorgers, wurde aufgrund der Arbeit meines Vaters zu früh in die Verantwortung für meine Geschwister genommen. Das ist ja auch diese klassische Parentifizierung, wie es ja heißt, dass auch deine Entwicklung dementsprechend ja eine kleine Bremse kriegt, weil du ja überlastet wirst mit Verantwortlichkeit, die ja normalerweise den Eltern gebührt. Und da ist es halt einfach eine ungute Dynamik, ohne zwangsläufig zu sagen, ah ja, die Eltern waren jetzt schuld, weil das ist ja auch wieder dieses Schuldbenennen hilft dir ja nicht weiter, weil es ja oftmals dazu dient, weiterhin in der Opferrolle sich zu suhlen und auch in der erlernten Hilflosigkeit, was er aber zum Glück hier nicht gemacht hat, weil er das hinterfragt hat, weil er in seine patriarchale Kraft endlich gekommen ist. Und so haben sich klassische Dysfunktionalitäten bei mir eingestellt. Zudem kam hinzu, dass ich vor circa 15 Jahren die Werte meiner Schwester angenommen habe. Ja, das Mindset von den Frauen, gell? Da wissen wir meistens, was dann rauskommt, vor allem im Datingkontext. Ja, das ist einfach du selbst. Die beiden sind linksgrüne, wokee Veganer, wie 30 Omas ohne Kinder mit drei Hunden. I've seen it all. Amazing. Aber was für ein Zufall mal wieder. Viel tätowiert, ja, wie in der Wildlaufbahn, wenn dann Frosch mit ganz vielen Markierungen sich nicht dran schlecken. Am Kiffen bekämpfen das Patriarchat, ja, das ist ja auch immer so ein Symptom davon, wenn ich da höre, ja, das böse Patriarchat, weil es ist ja oftmals der Locus of Control, wie es im Englischen heißt, oder der Ort der Kontrolle. Der wird ja externalisiert, ja, da ist diese ominöse Kraft, die alle meine Geschicke steuert und die sind dann dafür schuld. Das ewig erhaltene Patriarchat nimmt ja eben auch Eigenverantwortlichkeit und damit natürlich Handlungsspielraum und hilft ja auch denen nichts. Nichts, ne, aber auch das, diese Entwicklung ist ja dann auch biografisch aufgrund von diversen, ja, familiären Geschichten, aber natürlich auch durch, ja, diese ganze Propaganda, die wir ja gesellschaftlich reinbekommen, die Frauen ja auch in dieser Unterverantwortlichkeit weiterhin hält. Haben eine hohe Anzahl an Männerverschleiß, imagine my shock und wohnen zusammen. Ich liebe meine Schwester natürlich trotzdem alle, aber ich denke, du verstehst, dass ich daher mächtig einen an der Waffe hatte, leider für zu viele Jahre, aber trotzdem, ich würde da halt nicht, was er jetzt nicht zwangsläufig macht, aber was ich sehr häufig sehe, dass man sagt, ja, auch, hätte ich das doch schon mit 20 gelernt, hätte ich das doch schon früher gelernt, aber seid ihr froh, dass ihr das meistens jetzt lernt, ne, weil der beste Moment, einen Baum zu pflanzen, war vor 10 Jahren. Und der zweitbeste ist eben jetzt, und da ist es wichtig, mehr Gegenwartskraft aufzubauen und das dann im Hier und Jetzt auch zu genießen, dass man heutzutage diese Möglichkeiten hat, die Red Pill kennenzulernen und vor allem diese ganzen psychologischen Dynamiken, weil es ja massiv entlastet und Klarheit für viele Männer schafft. Kennengelernt haben wir uns privat auf einer Feier. Das hat mir gefallen, weil ich zuvor Frauen nur über Tinder kennengelernt hatte und ich davon so genervt war, dass ich die App gelöscht habe, um nicht wieder mit einer Verrückten im Bett zu landen. Das ist halt immer die Krux dabei, gell, die Rückwärts-Haltos und, oh, da hier bis nach, wir wollen es jetzt nicht weiter ausführen. Der Abend war sehr witzig und wir hatten eine Menge Spaß. Zum Ende hin habe ich sehr viel zugehört, oh oh, emotionales Tampon, und war ab dem Zeitpunkt, ja, das schreibt das ja. Hätte ich diesen Begriff damals schon gekannt, beziehungsweise das zugrunde liegende Problem dahinter, wäre sicher einiges anders gelaufen. Aber auch das ist ja, dieses Hätte-Hätte, das ist ja der Schmerz im menschlichen Ego-Verstand, bringt rein gar nichts, außer, wie der Name ist, Programm, nur noch mehr Schmerz. Sie fing an zu weinen und umarmte mich, wir tauschten Nummern und das ist ja auch eine rote Flagge, dieses emotionale Oversharing, weil sie kennt dich ja noch gar nicht. Und das ist auch, wie gesagt, immer ein Alarmzeichen, weil eine normalere Frau, die emotional reguliert ist, schaut ja erstmal, wer ist der Typ und so weiter und so fort. Nach circa zwei Wochen, ich war schlecht drauf und betrunken, habe ich sie angerufen. Sie war mit einem Mann im Ausland unterwegs, ja, die Reise, ich wollte mich selber finden, hatte sich aber sehr über meinen Anruf gefreut. Das erste Date war circa auch zwei Wochen später, okay, da waren sie noch nicht liiert. Das war auch sehr schön, doch konnte man da schon sehen, wo die Reise hingeht, denn es war sehr viel Alkohol an einem Abend im Spiel. Wir küssten uns schon beim ersten Date, hatten ein weiteres im Kino und beim dritten Date, wo ich sie zu mir nach Hause einlud, gab es den ersten Bunga. Die ersten zwei Monate habe ich mich noch rar gehalten, weil mir mein Sport sehr wichtig war und ich die Gefahr mit dem Alkohol durchaus kannte. Und das ist ja auch immer ein Thema oder sehr, sehr häufig, wie normalisiert schon diese Droge Alkohol ist. Also wie gesagt, ich bin da auch sehr, sehr froh, dass ich durch meinen Ziehbruder erst mit 20 den ersten alkoholischen Rausch am Start hatte. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man hier aufklärt und vor allem den ersten Alkoholkontakt in einem kontrollierteren Rahmen, in Anführungszeichen hat. Zum Beispiel mit den Eltern dann an Silvester oder zu so einem speziellen Event, dass es eben damit verknüpft wird und nicht so mit elf irgendwie im Bauwagen. Das ist ja auch so ein großes Manko an der modernen Gesellschaft. Ich habe aus vielen Gründen selbst Probleme mit Alkoholmissbrauch und kann mich mit dem Sport davon sehr gut fernhalten. Und da gilt es auch zu schauen, okay, es ist dann vielleicht eine Suchtverlagerung, aber lieber sportsüchtig als alkoholsüchtig, keine Frage. Doch sind wir in den ersten beiden Monaten auch auf einige Partys gegangen. Sie selbst hatte eine Techno-Rave-Vergangenheit, oh shit, und hatte schon sehr früh Kontakt zu anderen Dingen als Alkohol. Und gewisse Dinge fanden auch Einzug in unsere Kennenlernphase. Und das ist halt oftmals auch dann so ein Thema, wo es halt wichtig ist, einfach drauf zu schauen, die Augen diesbezüglich zu verschließen. Wenn eine Frau eher in diesen Kreisen unterwegs ist, dann weißt du schon, okay, tendenziell vermehrt weniger Impulskontrolle, vier Kilometer auf dem Buckel etc. pp. mit den damit einhergehenden Kopfschmerzen. Traurigerweise verbrachten wir sogar gleich Weihnachten und Silvester zusammen und ich war nicht bei meiner Familie in dieser Zeit. Im neuen Jahr sind wir dann sogar zusammen in den Skiurlaub gefahren. In den Momenten war es sogar jetzt rückblickend sicherlich hier und da eine schöne Zeit, doch es war alles falsch und zu früh. Und trotzdem würde ich da schauen, okay, das ist ja ein wichtiger Baustein im Erkenntnisprozess, im Lernprozess, weil sonst hättest du ja jetzt nicht die Referenzerfahrung, um noch mehr damit zu verknüpfen, okay, das ist vielleicht nicht der produktivste Weg. Der gemeinsame Urlaub hat dann auch einiges ans Tageslicht gebracht. Da erkannte ich erst einmal den psychischen Schaden, den sie hat und sie erkannte, dass ich nicht ganz der Typ bin, den sie vermutete. Ja, da kamen dann halt wahrscheinlich zum ersten Mal die verletzlichen Beta-Anteile zu sehr raus und natürlich der Vagene trockener. Das ist halt brutal und das ist ja wichtig für Männer, natürlich nicht das zu verdrängen, sondern nachzureifen, was ja im Idealfall ein patriarchaler, toxischer, männlicher Vater machen würde, dir helfen, deine Emotionen lernen zu regulieren, damit du eben nicht dieses weinende, woke Frack bist, sondern psychisch stabil aufgestellt. Ihre Probleme wurden besonders durch einen narzisstischen Ex erklärt. Ja, mein Ex war Narzisst, wie im letzten Video, der sie psychisch zerstört hat. Und natürlich kann hier narzisstischer Missbrauch einiges auslösen, aber trotzdem ist es ja meistens dann nicht so in der Milchmädchenrechnung, dieses Monokausale, ja, da war dieser böse omnipräsente Ex und ich konnte quasi gar nichts dafür. Ja, das und das, alles wird wieder externalisiert auf, ja, das böse Patriarchat war schuld, dass ich den gewählt habe. Und lauter solche Sachen, was aber dann halt nie zu einer psychischen Heilung werden kann. Als wir dann wieder zurück waren, ging es los, dass sie alles Mögliche an mir kritisierte. Nichts hat gepasst, ich war ihr zu klein, ja, Body Positivity hätte ich gleich gefragt. Ich habe ihr zu viel geholfen, dann wieder zu wenig. Sind sie natürlich nicht zufrieden, da sah sie immer, ach, hast du nicht das, machst du nicht das, kannst du nicht mehr das tun. Der Klassiker eben, und das ist ja auch so ein Punkt, wenn du solche Frauen hast, musst du ja viel eher die Arschnummer fahren, weil die dann ja gerade da noch mehr drauf stehen, leider Gottes. Obwohl wir stundenlang über Gefühle und so einen Quatsch geredet haben, warf sie mir auch mal vor, ich würde mich ihr gegenüber zu wenig öffnen, das ist ja immer das Verrückte dabei, gell, da hört man immer, oh ja, öffne dich, öffne dich, und ich habe es letztens auch gelesen, dass dann halt auf der anderen Seite kritisiert wird, wie der Jordan B. Peterson, wenn er zu viel weint, oder das wird ihm dann vorgehalten, gerade aus den Kreisen der Voku Haram, dieses narzisstische Double Binding, wie es so schön heißt, wenn du nicht weinst, bist du ein toxischer Mann, wenn du weinst, bist du eine Memme. Das ist halt auch das, was man dann in diesem Einzelfall hier sehr, sehr gut sehen kann. Und wenn eine Frau sagt, öffne dich doch mehr, dann möchte sie ja nicht diesen kleinen Jungen sehen, der verletzt wurde oder bestimmte Themen noch hat, sondern sie möchte das ja in so einer Phönix-aus-der-Asche-Geschichte immer hören. Ja, oh, ich hatte da zwar die brutale Guantanamo-Bay-Kindheit, aber durch diese patriarchale Kraft habe ich mich erhoben und es überwunden. Und das ist natürlich eine emotionale Öffnung, aber mit diesem Prozess ist noch stärker hervorgegangen. Hypergamie sagt ja. Und wenn er dann zu sehr aber in dieses Resignative reinkommt, dann ist es natürlich wieder der Vagene trocken. Und deswegen ist es ja wichtig, an der Stelle viel eher so kompetente Männer hier anzusprechen, die eben das kennen und die damit schon bestimmte Prozesse durchlebt haben, um das dann aufzulösen im Vergleich, das bei der goldenen Vagene auszupacken. In dieser resignativen Art und Weise habe ich euch aber gerne auch nochmal hier oben beleuchtet. Ich konnte es ihr auf keiner Ebene wirklich recht machen. Bunga gab es auch immer weniger und nur, wenn alkoholisiert. Schon mal so doll, dass ich sich am nächsten Tag nicht mehr erinnern konnte, dass es den horizontalen Mambo überhaupt gab. Ab eines Morgens, als wir frühstückten, mein Mund- und Körpergeruch wurde schon zur Sprache gebracht. Schaute sie mir in den Mund und rief aus, Ih, deine Zähne sind ja ganz schief und meine sind auch viel weißer als deine. Und das ist dann halt so eine Grunddynamik. Muss dir mal überlegen, wenn du den Hypergamenstandard nicht erfüllst oder wenn du nicht dieser, ja, tendenziell narzigere Mann bist, dann werden Gründe eben gefunden, um Drama zu erzeugen, um sich das eben schlecht zu reden. Weil der richtige Mann kann nichts Falsches tun, der falsche Mann nichts richtig. Und da gibt es ja viel Spielraum, vor allem dann in der Beziehung. Wenn du dann eben dieser Typ wirst, der zu viel sich bei ihr ausheult, der zu viel buktaklig wird, auf ihr draufhängt und so weiter, dann sinkt natürlich ihre Anziehung, weil Feuer braucht Luft zum Atmen und vor allem auch diese patriarchale Kraft, die sie ja so gern wollen. Fifty Shades of Grey, 125 Millionen Mal verkauft. Natürlich, weil der so gerne die Spülmaschine leert. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist ja auch so eine essentielle Komponente da, warum wir dann sehen, dass sie mehr nörgelt, weil da eben das mehr abfällt und das eine Konsequenz dieses Hypergarmen-Keifens ist, weil die Aktie sinkt, die Aktie Mann in diesem Fall. Am liebsten hätte ich entgegnet, zumindest habe ich noch alle meine Zähne im Mund. Ihr fehlen welche. Doch so schlagfertig war ich in dem Moment nicht. Ich war beschämt. Und das ist ja interessant, auch dann darauf zu achten, wenn so eine Beschämung stattfindet. Und wie fühlt sich das im Körper letzten Endes an? Gehst du dann in so einen Buckdackel-Modus? Und das ist halt auch wichtig, entgegenzusteuern, weil da ja nicht der Erwachsene am Steuer sitzt, sondern eben ein Persönlichkeitsanteil, der eben hier eine bestimmte Beschämung auch aus der Vergangenheit vielleicht nochmal durch die Körpererfahrung lebt. Und da ist es eben wichtig, in das Erwachsene, ich auch, reinzukommen. Aber ist ja auch nicht verkehrt, wenn das mal eben passiert. Weil das sind ja diese Prozesse, die dann dazu führen und hilfreich sein können, wenn es häufiger vorkommt, aktiv dagegen zu steuern. Dass man eben nicht in die Buckdackel-Haltung reinkommt, sondern in die patriarchale Aufrichtung. Und natürlich auch hier nicht den inneren Kritiker an Steuer lässt oder diesen jüngeren Persönlichkeitsanteil. Anstattdessen eben den dann besänftigen als Erwachsener. Ich hatte selbst nie ein großes Problem mit meiner Kauleiste. Ja, ich hätte sie etwas mehr pflegen können. Und sie sind ein bis zwei Millimeter nicht ganz gerade, aber objektiv betrachtet gar nicht mal so hässlich. Und das ist ja das Nächste, was da halt auch für Industrien, für Männer aufgemacht werden, was diese ganzen Lux-Maxing-Aspekte angeht, die ja sehr, sehr häufig ins Pathologische reingehen. Und natürlich primär, um wieder der goldenen Vagene zu gefallen, was aber dann halt gerade aus so einem Mindset kommt und total ungesund ist, weil es dich ja innerlich nicht weiterentwickelt, sondern nur im Äußeren dran schraubt, in der Hoffnung bei der heiligen Frau, endlich die Streicheleinheiten zu bekommen. Doch der Moment hat mich tatsächlich dazu getrieben, im Internet zu recherchieren und eine moderne Zahnrichtungsfirma zu beauftragen, mir die Zähne zu richten, für circa dreieinhalbtausend Euro. Wenig später flog sie dann mit ihrer Schwester für vier bis fünf Wochen ins Ausland. Das finde ich auch immer so krass. Da hörst du ja manchmal aus den schwarz gepilteren Ecken, ja, die ganzen Coaches verdienen so viel Cash oder was weiß ich. Währenddessen doch beim Lux-Maxing viel mehr Kohle zu holen ist. Alleine Zähne richten, Schönheits-OPs, Körpervergrößerungen, da ist ja auch richtig Asche drin. Um natürlich der Frau dann letzten Endes zu gefallen. Und unser Kontakt bestand in der Zeit nur telefonisch. Mein Geschäft lief zu gut, als dass ich hätte sie besuchen können. Ich trottel, blieb ihr auch, trotz einiger Möglichkeiten treu. Und da wäre ich auch vorsichtig, wer spricht denn dieses Urteil? Obwohl wir gar nicht wirklich ausgesprochen hatten, dass wir ein Paar sind. De facto war es so, doch wurde ich lange Zeit gewissen Leuten gegenüber verheimlicht. Küssen oder ähnliches war zum Beispiel in manchen Situationen nicht erlaubt. Erlaubt. Meistens natürlich, wenn man sich da die Türen für den ein oder anderen Kadel offen lassen möchte. Ich fuhr sie zum Flughafen und holte sie auch wieder ab. An einem Flughafen, der zwei Stunden entfernt war. In der Zeit hatte ich ihr Auto. Und das ist ja auch so brutal, wie viel Buckdacke da ihre Frauen auch zum Feiern wegfahren. Und dann auch noch auf die Kinder von anderen Leuten aufpassen. Wenn sie dann so eine Single-Mami haben, bringen sie sie quasi hier auf die Partnerbörse. Tschau, Schatz, wir sehen uns oder hier in den Partnerbörsen Urlaub. An dem ich einen Reifenwechsel vornahm und dass ich die Zeit auch noch zum TÜV gebracht hätte. Als sie dann wieder da war, hatten wir noch einmal einen versoffenen Abend mit Zuff, Bunga und ein nettes Wochenende. An dem Abend waren wir in einer Disco und es gab zwei bis drei Vorfälle. Sie wurde angebaggert, doch auch sie hat aktiv Gespräche mit fremden Männern initiiert. Wenn ich mal ein Bier holen oder auf der Toilette war. Zum Ende hatte ich keine Lust mehr auf Party. Es war schon wieder hell und ich wollte pennen. Da trafen wir einen Ex von ihr, beziehungsweise einen Typen, mit dem sie mal was hatte und den ich auch kannte. Er, locker zwei Meter groß und kräftig, nahm sie auf den Arm, trug sie ein paar Meter und meinte scherzhaft, die nehme ich mit nach Hause. Er schlug vor, wir sollten ihn noch begleiten und den Abend ausklingen lassen. Sie wollte mit, doch konnte ich sie davon abbringen. Und das ist ja auch so heftig, ne? Wenn er jetzt da nichts gemacht hätte, wäre das natürlich hier dazu gekommen. Aber auch er, wie er sie dann mitnimmt und sie das natürlich auch zulässt, das ist ja auch immer so ein Ding. Ach, ich konnte ja gar nichts machen bei so einem starken Kalter oder Lörris. Am nächsten Tag trafen wir uns mit Freunden in der Stadt auf einem Food-Festival. Dort aßen wir eine Kleinigkeit und tranken ein Konterbier. Als wir unsere Freunde verabschiedeten, gingen wir weiter und wollten noch weiter trinken. Der Weg führte uns an einer verglasten Gebäudefront vorbei. Wir hielten uns an den Händen und waren in ausgelassener Stimmung. Sie blickte in den Spiegel, dann in mein Gesicht und sagte, du bist ja echt klasse, aber eigentlich bist du mir echt zu klein. Brutal Body Positivity Pill. Das ist so geil, diese Heuchelei immer, gell? Wenn du sagst, boah, du bist ja ein ganz schöner Komet. Boah, Netflix, okay, schnell, schnell. Und da, wenn Männer dann zu klein sind, wo sie ja nichts machen können dagegen, da schaust du dann halt mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Hier hatte ich einen Spruch auf den Lippen, aber ich wollte den frühen Abend nicht zerstören. Aber das ist ja auch wichtig, dass das ja auch ein Test sein kann, mitunter natürlich auch Respektlosigkeit. Da gilt es ja auch immer zu differenzieren. Kannst du zum Beispiel sagen, an der Stelle, ja, weißt du ja, jeder Mann hat zwei Meter. Dann hast du schon mal nicht ernst genommen. Hast diese Überstellung, die Frauen ja so gerne wollen, weil sie möchten ja nach oben schauen. Im Vergleich, dass du dann hier dich rechtfertigst oder halt in solche andere Methoden wie Scham abrutscht. Was natürlich dann der Vagene-Trockner auch ist. Dann fragte sie mich, ob ich denn kräftig genug sei, sie wie der Typ vom Vorabend tragen zu können. Da ich zu der Zeit schon ein paar Monate Dauergast im Gym war, war das kein Problem für mich. Aber da gehst du ja in ihren Rahmen, in ihren Frame rein. Und das ist ja dann der Vagene-Trockner, verstehst du? Ja, schau mal, kannst du das? Kannst du das? Spring mal durch den Reifen. Natürlich, oh, schau mal. Weil du dann in eine qualifizierende Rolle reingehst und damit dich ja ihr unterstellst. Weil schau mal, ich bin ein tanzender Affe. Na, findest du das jetzt gut? Da heißt es überstellen und sagen, ja, da weißt du ja, jeder Mann hat zwei Meter, um das Skript umzudrehen. Weil eine Frau möchte hier diese prosoziale Dominanz, die patriarchale Kraft spüren, obwohl sie das natürlich wie immer leugnen. War das kein Problem für ihn, schreibt er, ihre fetten Schenkel auf den Armen balancieren zu können. Ja, ja, oh, Body Positivity ist nicht da. Das erfreute sie und wir gaben uns nochmal die Kante. Trotzdem, wie gesagt, kann es sehr, sehr häufig nach hinten losgehen, weil das ja hier qualifizier dich mal kleiner Dackel eben ist. Lernten dabei ein paar Leute kennen und hatten mal wieder eine Menge Spaß. Danach ging es zu einer guten Freundin von ihr, weil sie einen Schlüssel abholen musste, den sie bei ihr deponiert hatte. Ihre Freundin ist ein Kopf kleiner als ich und wirkt gefühlt das Doppelte. Ich war lattenstramm, aber dachte mir in dem Moment, als wir in ihrer Wohnung standen, interessant, alle ihre Freundinnen sind wesentlich hässlicher und oder dicker als sie. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Dass gerade Frauen, die ein bisschen schwieriger sind, ja auch solche Frauen um sich herum haben, um da auch die Schönste zu sein. Weil Frauen konkurrieren ja auch massiv. Natürlich bloß, weil sie das böse Patriarchat dazu gebracht haben. Aber so einfach ist es ja nicht, weil Frauen ja oftmals auch untereinander konkurrieren, um die höchstwertigen Männern aufgrund der sexuellen Selektion. Natürlich nicht nur, aber es ist auch immer so ein signifikanter Aspekt dabei. Und schien mächtig Probleme zu haben, was Gesundheit und Lebensführung angeht. Und das ist ja auch das Nächste. Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Wenn ihr Frauen anschaut, ist das immer ein ultraessentieller Teil davon. Vor allem, wenn es in die langfristigere Richtung geht. Ob das wohl von Relevanz ist, überlegte ich weiter. Doch der Gedanke war schnell verflogen. Der Abend war bungalows, obwohl angepeilt im Freien von ihr. Aber zwei Flaschen Wein gab es noch, als einen kleinen Schlummer trunken. Das ist ja auch krass, wie normalisiert da diese Droge Alkohol ist. Und was das auch für ein Abfuck ist. Wie das deinen Verstand zu Matsch verwandelt. Deswegen, je schneller man von diesem Müll loskommt, desto besser. In der Folgewoche gab es nur ein Treffen zum Abendessen und sonst nichts Erwähnenswertes. Außer, dass sie sich am Freitag mit einem alten Freund traf, den ich auch von früher kannte und mich nicht dabei haben wollte. Obwohl es schon länger geplant war, dass ich sie begleite, denn es ging auf ein Bierfest in der City. Alter, ich sag's euch, hört's auf, solche Alkoholikerweiber zu treffen und selber hier in solche Umfelder auch zu gehen. Vor allem, weil da ja hinter diesem Drecks Alkohol und anderen Drogen ja so eine Beta-Strategie streckt der Vermeidung. Ja, warum werden denn Leute hier von solchen Drogen letzten Endes so verblödet? Weil sie ja dann nicht zu den unschönen Sachen hinschauen müssen, die kein gutes Gefühl im Bauch hier machen. Und sich dann hier in der Ablenkung ersaufen. Oder halt am digitalen Schnuller die ganze Zeit dran nuckeln. Ja, aber da geht's ja auch hier in die Kraft reinzukommen und die unschönen Dinge anzuschauen. Deswegen liebe ich ja auch so die Red Pill, weil das ja immer den Finger auf die Wunde legt und da hinschaut, wo ja meistens auch der Hase im Pfeffer ist. Und das Gleiche gilt ja auch hier nicht in die Vermeidung reinzukommen, sondern zu gucken, was hilft mir das? Oder welche Funktion erfüllt hier diese Drecksdroge? Und wo möchte ich nicht hinschauen? Das dann auch vielleicht handschriftlich mal zu analysieren oder gegebenenfalls einfach andere Männer, die das überwunden haben, zu Rate zu ziehen, wie die das gemacht haben. Auch als patriarchales Männerunterstützungsnetzwerk. Die wollen ja schon wieder die Männerbünde ausbauen. Am Sonntag des folgenden Wochenendes fuhr ich meinen besten Freund besuchen, um mit ihm Fußball zu gucken. Tags zuvor war die Stimmung schon für den Arsch. Ich merkte da schon, dass etwas nicht stimmt. Mehr als einen kleinen Schmatzer zur Begrüßung und vorm Schlafen gab es nicht an körperlicher Interaktion. Obwohl ich für sie gekucht hatte. Zwinkersmile, ja? Diese verborgenen Verträge funktionieren ja nicht, obwohl es ja so propagiert wird. Ja, jetzt mach schon mal 50-50 Kehrarbeit, gell? Und dann merkst du plötzlich, was macht denn der da an der Schneck? Ich fuhr die Dame zu ihrer besten Freundin, bevor ich dann dem Rasensport frönte. Eigentlich hatten wir verabredet, dass ich abends wieder zu ihr komme. Und da wollte ich ihr eigentlich auch stolz mein verbessertes Gebiss präsentieren. Ja, braver Dackel, schön hast du es gemacht. Aber wie gesagt, es ist ja auch wieder so ein kindlicher Anteil, der dann da, hier schau mal Mama, wie toll ich bin, wie toll ich da jetzt das gemacht habe. Hast du mich jetzt lieb? Aber so funktioniert das ja nicht. Und das ist wichtig zu erkennen. Und hier nicht, vor allem diese starke Abhängigkeit, was wir hier oftmals sehen, natürlich nicht nur in diesem Fall, sondern sehr, sehr, sehr häufig nach weiblicher Anerkennung. Guck mal, wie toll ich bin. Schau mal, wie ich leiste. Das ist ja auch ein Problem. Woher kommt denn das? Kommt es aus dieser Not, aus diesem kindlicheren Anteil? Oder kommt es, weil ich halt selber Bock drauf habe und bin freier davon und nicht diese Abhängigkeit? Weil das lesen wir auch aus diesem Text, dass ja das Thema Leckerlis sehr, sehr mit einer bestimmten Abhängigkeitstendenz zumindest gefüttert ist. Ja, dann gab es jetzt wieder Bungerle, dann wieder nicht. Da ist er sozusagen immer da unten am Tisch, wie der Hund, da fällt dir jetzt nochmal ein Stückchen Fleisch runter oder eben nicht. Und das ist natürlich dann, wie gesagt, dass er sich dann immer unter die Frau stellt. Jetzt da und jetzt da. Und auch wieder so ein starker Vagene-Trockner. Das gilt es dann eben auch zu bremsen und andere Wege zu gehen. Ganz, ganz essentiell. Ich hatte noch gewartet, weil ich es feierlich zelebrieren wollte, um meine Stempelkarte für einen Gratis-Bunger voll zu bekommen. Das ist ja das, was ich meine hier. Und das macht er dann und das macht er dann und dann hat er irgendwann die Sammelkarte voll und dann, oh ja, gibt es die höchste Belohnung auf dieser Erde. Die Anerkennung von der goldenen Vagene. Das führt halt genau in solche Dynamiken und das ist eben kein Einzelfall. Weil die Masse der Männer sind eher so, das ist ja das Wichtige, und nicht diese super unterdrückenden Typen, wie sie immer dargestellt werden von den einschlägigen Seiten. Doch sie sagte zu mir, sie fühlte sich heute nicht mehr so danach. Da war mir an sich schon alles klar. Zwei Tage später hatte sie dann alles beendet, was an sich noch gar nicht richtig begonnen hatte. Zwei Wochen war ich richtig neben der Spur, trank viel, ja, das sehen wir es. Verneidung macht kein gutes Gefühl im Bau hier, aber das ist ja meines Erachtens zutiefst unmännlich, hier Sachen nicht anschauen zu wollen. Aber natürlich auch eine Strategie und da ist es aber trotzdem wichtig zu schauen, okay, wie kann ich da hinschauen zu den unschönen Sachen, anstatt auf diese Vermeidungsstrategien zurückzugreifen. Ging nicht zum Sport und verlor auch die nötige Routine für die Zahnbegradigung. Und es ist ja auch, dass viele Tendenzen, die Männer heutzutage haben, kommt ja aus dieser Mann-Frau-Dynamik und auch diese depressiven Verstimmungen, die teilweise jetzt hier vielleicht dann da waren. Daher, dass man nur noch so lethargisch, oh ja, oh, jetzt kann ich nicht mehr aus der Kirche die Anerkennung vom Gott der Frau bekommen. Ja, wie gesagt, und das gilt es halt eben zu dekonstruieren. Im Grunde habe ich die dreieinhalb Riesen in den Sand gesetzt. In der Zeit empfiehlt mir ein guter Freund deinen Kanal. Wie gebannt suche ich mir deine Videos rein und war unfassbar verblüfft, wie determiniert so viele Mann-Frau-Dynamiken waren. Ja, oder wie es der Volk und Jesus sagt, Spezi-Automat schmeißt einen Euro rein, kommt der Spezi raus und vermutlich auch immer bleiben werden. Das ist halt das Nächste. Du kannst einfach Jahrhunderte der evolutionären Psychologie nicht aus dem menschlichen Kopf rauserziehen. Egal wie viel soziales Engineering vorangetrieben wird. Weil Evolution hat halt leider nicht ab dem Hals aufwärts aufgehört zu wirken. Gerade was die Dating-Dynamiken hier angeht. Ich denke, dass es gut für mich war, dass mir die Geschichte so passiert ist. Sonst werde ich vermutlich jetzt noch immer ein Blugepilter, simt der geistig, umnachtet, Weibern hinterher rennt, um sein Helfer-Syndrom zu befriedigen. Wenn dir das Material mal für ein Video reicht und oder du es im Camp nutzen kannst, darfst du meinen Text gerne nutzen. Und nochmal vielen Dank für deine Arbeit. Und das ist ja auch das Geile, ne? Deswegen mache ich das ja auch so, so gerne, weil ja hier bezeugt wird, okay? Ein weiterer Bugtackel kommt in seine Kraft, lernt Grenzen zu setzen, sich nicht mehr auf der Plantage zu befinden. Dementsprechend auch viel bessere Frauen auszuwählen. Und damit gibt es halt Synergieeffekte. Wenn man jedes oder sehr, sehr viele Individuen hier abholt, dann verändert sich ja alles. Die Kultur und letzten Endes die Nation und damit dann auch die Welt. Das sind ja dann so spannende Dynamiken, was dadurch passiert, Männern zu helfen, hier zu ihrer Stärke zu kommen. Deswegen ist es meines Erachtens ja auch so hart bekämpft, weil das natürlich anderen Interessen im Weg steht. Aber damit würde ich mal sagen, kommen wir zum Ende. Und ich hoffe natürlich auch, dass diese Geschichte euch weiterhelfen konnte, bestärken konnte, in die patriarchale Kraft zu kommen. Und damit kommen wir doch mal zum Ende. Und wie immer natürlich, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.